Zurück zu Genesis Alpha One und, ähm, der Montreux hat's da geschrieben wir müssen noch mal unter die Brücke gucken dass wir wieder in der Steuerung hier gewöhnen Ich hätte geschwören können, ich hab da schon mal nachgeguckt Brücke äh, da 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 sieht das eigentlich gut aus Hm Hätte ich doch wohl recht, da hab ich doch wohl mal nachgeguckt Wollen wir gerade hier sind Packen wir mal genau auf diesen Gang ne, hier hin ne kleine Gatling Gun So Mal eine gute Tat vollbracht Dann gehen wir mal gleich hier ins, ähm Unterkünfte Freibhaus Ich bin falsch gelaufen, verdammt Hier müssen Schilder ran Macht ja alles gleich aus So, hier wollte ich hin Ja, wer bist du denn überhaupt? Kranke Crewmitglieder Meldet Krankheit Warte mal, da gehen wir mal gleich hin Ich wollte noch mal ein paar, äh, gucken, ob wir ein paar Verteidigungsanlagen auf, äh, Reserve bauen können Schwefel haben wir mal nicht so viel So Traktorstrahl Oh Der sieht doch schon scheiße aus Hey, 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 wo willst du hin? Nicht zugewiesen Übertragungen Hey Hast du mich grad angehuset? Wo gehst du hin? Äh Wo ist es hingegangen? Auf der anderen Seite Ich hab so die Befürchtung, dass die Person Von einem Alien übernommen wurde Aber das wär echt Hardcore Wo ist sie hin? Ne, Werkstatt Scheiße, die ist hochgefahren Nein Ah Das ist mein Turbolift Turbolift Ich will nur mal gucken, was mit der passiert Ob die wieder gesund wird, oder Ne, ich seh die gar nicht hier Auf der Ebene Hm Wie viele Leute haben wir? Biomasse haben wir Kuh Haben wir fast 10 Mann Wir brauchen mehr Treibhausmodule Kriegen wir noch eins ran? Natürlich nicht Da fehlt uns wieder Aluminium Galerie haben wir Unterkünfte haben wir Mehr können wir grad nicht bauen Verbindungen haben wir auch nichts besseres Reaktor Wie sieht's mit Stromanski aus? Stromanski Äh Haben wir auch noch genug Hm Was ist das denn? Krankheitsprobe Wird die Krankheit nicht behandelt? Kann der Betroffene daran sterben? Und sein Körper verwendet sich in eine wieder? Was? Toms Reise Kuh geheilt Okay Da ist er Wo? Geht's dir wieder gut? Immunität Kraft Nicht zugewiesen Naja Ich werde dich jetzt Zuweisen Ah ne wir sind hier oben Aha So Brücke Die Brücke kriegt ihr auch nochmal in Sicherheitsgedöns Das selbe hätte ich gerne nochmal unterirdisch Oder wir machen einfach hier nochmal eine Barriere Falls sie hier mal durchkommen Ah Pilzbefallen Kräckiger Kackpilz So Und in den Kommentaren von den netten Scheiße Es ist ja richtig viel Pilz Entschuldigung Ich meinte Montro Äh Hat es Aufgeschrieben Dass diese Frame Oder wie man sie aussprechen mag Piraten sind Die uns natürlich verfolgen So Wie sieht's hier aus? Scheiß Pilzbefall So Und da wir ja noch nicht so viele Crewmitglieder haben Gibt es hier oben nochmal Ne es ist ja meine Ich brauche eine andere Warte mal Nochmal eine Gatlingan hier Und Eine Person Kommt hier ran Ah Hier sieht man Das wusste ich gar nicht Cool Rechtsklick Auf den Monitor Und dann kann man gucken Was die Leute machen Montro zum Beispiel ist im Hangar Gronkh ist gestorben Wilde Hilde ist im Treibhaus Aber wir können ja auch Gronkh 2.0 machen Äh Da oben entlassen Achso Ich kann nur einmal drücken Cool So könnte ich die neu zuweisen Das ist äh Wusste ich echt nicht Was haben wir jetzt hier Ein Schrot Ein Fundort Schwefel Lithium Können wir alles gebrauchen Mein Schwefel ist fast alle So Du machst aber trotzdem Nicht alleine hier Ich helfe dir dann Gleich Männer und Frauen Das ist jetzt ein Vierersquad Ihr könnt Wie viel Eisen Haben wir überhaupt noch Mal kurz gucken Ressourcen Wie viel Platz Haben wir überhaupt noch Ah Lager ist auch fast voll wieder Eisen haben wir wieder gut genug Können wir irgendwo Eine Ebene höher Rohstoffe Ich hätte gern größere Lager So Jetzt haben wir Platz Fantastisch Die Rohstoffe kann man immer mal gebrauchen Also von daher Ähm Da könnt ihr ohne mich hin Gefahr ist niedrig Solltet ihr es schaffen Holt erstmal den Schwefel In der Zeit Arbeiten wir hier mit dem Traktorstrahl Und holen den Diese 5 Eisen einfach mal hoch Dann gleich den nächsten Und wenn wir verfolgt werden Können wir halt uns nicht ewig Auf einen Ja in einen Sektor Halt aufhalten Dann müssen wir halt schnell Weiterziehen Gucken wir gleich nochmal Auf der Brücke Wenn ich hier mit dem Beam Fertig bin Boah hier scheint Okay Dann müssen wir gleich zurück Wollen kurz gucken Okay Den letzten Okay Das musst du hier alleine hinkriegen Wo sind die Schweine Aha Habt ihr hingekriegt? Oh hier ist Sicherheitslücke Mh Hab ich noch was? So Dann kommen sie da nicht ran Gatling 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 hab ich mir hier auch mal Gatling Gatling Aufstellen Ich brauche mehr Waffen Hier eine Gatling Gun. Super. So. Habt ihr jetzt schon mal entladen. Fantastisch. Dann könnt ihr gleich nochmal los. Dann holt mir mal bitte das Eisen ab. Ein bisschen Eisen. Wir gehen nochmal zur Brücke. Da ist ein Pilz. Sieht das denn keiner hier? Mann, der kostet hier wertvolle Energie und Munition, dieser dreckige Pilz. Mann, oh Mann. Ah ne, es ist die, äh, okay. Der Schild, der unten liegt. Ich will nur mal gucken, ob wir da hinten sind sie nämlich. Die Främen oder Framen. Und wir haben Besuch und dann werden wir wahrscheinlich hier runtergehen. Habt ihr noch ein bisschen Munition für mich? Ah, müssen wir auch mal herstellen. Wächst ja nicht an den Bäumen die Munition. Schon wieder so ein verfuckter... Heute haben wir echt hier die Pilzwoche erwischt, da? McDonald's, Pilzwoche. Ja, die sind noch am entladen. Dann gehen wir nochmal kurz... Also hier muss auf jeden Fall nochmal zwei... Hier sind ja letztes Mal Leute gestorben. Da müssen auch nochmal zwei Gatling-Guns hin. Wenn er hasst, wenn er hasst, komm. Brauchen wir nochmal zwei Geschütztürme. Kann ich noch was mitnehmen? Hast du was? Ein Geschützturm nehme ich mit. Achso, Junge, ich brauche nochmal Munition. Mach mir mal Energiezellen. Kostet auch Lithium. Aber weniger. Okay. Waffenschrank ist voll. Gut. Gut. Meine Gatling-Gun. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Ach, ich lasse die einfach hier. Gut. So. Jetzt, ähm... Na, die vier Eisenerze lassen wir mal liegen. Hier holen wir das Lithium ab. Da könnten wir das Schwefel... Eisen können wir da auch liegen lassen. Alle Mann an Bord. Es geht los. 4, 3, 2, 1, 0. Launch Sequence activated. We turn to Alpha 1. Ja, wer kennt den Film nicht? So, Gatling-Gun kommt für die schweren Sachen. Kein Raumschiff über uns. Und da sehen wir auch schon das, was wir... ...einsammeln sollen. Hat was, oder? Hat was. So, was haben wir? Was haben wir? Alien-Sichtung. Gewinner-Erkenntnisse über die Ausbreitung dieser Spezies im Universum, also in so einem Pils. Schwung. Oh! Ah. Ich bin verwundet, ihr Schweine. Ich muss mich auch mal heilen. Biomasse. Wer die Biomasse nicht ehrt, ist dem Klo nicht wert. Da ist auch mal was. Ihr heilt euch alle, aber nehmt nicht die Biomasse auf. Faulschweine. Da kommen sie. Ja, geht doch aus dem Nebel raus, ihr Horsts. Habt ihr jetzt das Schiff vollgemacht? Oh, Jungs. Und Mädels. So, bleib doch mal einfach da. Ihr braucht doch nicht näher heranlaufen. Oh ja, lauft alle durch. Verletzt euch nochmal. Richtig intelligent sind meine Kollegen auch nicht. Ne, gut, es sind Klonen. Das willst du da warten, ne? Oh, es ist immer noch nicht voll. Na, endlich. Jetzt aber weg hier. Mann, oh Mann. Das war ein Biomasse-Minus-Geschäft hier. 10, 9, launch, 8, aktiviert. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Nimmerwiedersehen. Ja, du kannst mit Ernt... Äh, was? Probensammler. Was war das denn? Probensammler. Gibt's da noch was anderes? So, dann, äh... Oh, halt. Diese Dreckspilze. Oh, da war auch schon wieder einer. Wahrnehmung. Hm. Aber die Pilze kommen echt nur oben. Diese Zählung, die... Oh, oh. Habe ich mich gerade erschrocken. Ah, da wurde aber auch was gekillt. Eins, zwei... Oh. Hier ist aber kein Mitarbeiter. Aber wenn das Depot natürlich kaputt geht, sind die ganzen gesammelten Ressourcen natürlich auch für den Arsch. Ähm. Ja, wenn ich hier gerade schon bei der Brücke bin. Mal gucken, ob die uns verfolgt haben bisher. Sind immer noch weit weg. Ich glaube, hier haben wir angefangen, ne? Eisenstein. Oh, das ist ein Händler. Na, einmal müssen wir nochmal runter. Oh. Da habe ich auch richtig gehört. Oh, nur ein kleines... Das ist ganz nett. Okay. Wir könnten auch mehr... Kann man in die Etage höher gehen? Das ist ja eine Etage höher, ne? Können wir auch hier so einen Gang machen? Korridor. So ungefähr. Stelle ich mir das vor. Und dann gehen wir hier lang. Mal gucken, ob das hier so passt. Na, ich glaube nicht ganz, aber... So haben wir das dann übereinander. Jetzt haben wir natürlich unser Eisendepot... Wer ringert's? Ich wollte nochmal Biotanks bauen. Weil so Biomasse kann ja echt nicht schaden, ne? Biotank. So. Achso, da ist das Biotank-Problem. Das heißt, wir brauchen mehr Korridore. So. So. Verbraten wir mal richtig Eisen hier. Klack. Klack. Und unser Schiff wird immer größer. Gut, aber da oben ist ja nichts los. Weil da kommen keine Ressourcen hin. Da kommen... kommen ja auch keine Menschen hin. Die müssen alle über den Torbo-Lift... Ähm... Das ist ja... Aber Feinde könnten sich da hochbeamen. Aber wenn das kaputt geht, ja gut, dann... verlieren wir halt Biotanks, ne? So. Und jetzt seht ihr schon, Energie ist dadurch auch gestiegen. Also wir brauchen jetzt wieder... ähm... einen Reaktor. Da brauchen wir wieder Eisen und Kupfer. Da hat jemand gehupt. Da ist er toll gemacht. Ist ein Held. So. Ja. Lager ist fast leer. Wir brauchen wieder Ressourcen. Aber wir haben jetzt mehr... Ja, können jetzt mehr Biomasse mit uns rumführen. Und haben jetzt keinen... Kaum noch Eisen und Kupfer. Also erst wieder einen rechten Grund zum Suchen. Was ich vorhabe, ist mal... Müssen wir aber selber machen. Vielleicht mal so eine Alien- Alien-Kräfte. Ähm... Schadens-Multiplikator. Aha. Da fehlt uns noch hier... Proben. Eilen. Fehlt uns noch Proben. Wahrnehmung. Schade. Müssen wir noch häufiger finden. Was ist... äh... mit den Viechern? Da fehlen uns Proben. Proben. Da haben wir. Forschen wir mal. Mache ich mal Forschung. Dup, 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 dup. Ich forsche. Dup, 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 dup. Ich habe erforscht. Die DNA dieser Kreatur verbessert Resistenten und verringert, äh... Intelligenz. Ja. Kann ich die jetzt bauen? Oder... Ich kann die klonen. Aber Biosphäre ist unzureichend, weil wir wahrscheinlich für diese, äh... wieder andere Pflanzen brauchen. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt hier einfach mit anbauen können. Nicht, dass wir da nicht mal atmen können, weil eigentlich kann es ja nur irgendwie eine Bios... Ne, egal. Äh... Wie viel Biomasse haben wir noch? 32. Das lassen wir erstmal. So, jetzt müsste aber wieder das Schiff entladen sein. Jetzt könnten wir doch rein und theoretisch wieder loslegen. Indem wir mal weiter... Ne, auf den nächsten Planeten fliegen. Alle Mann an Bord. Ähm... Hat der hier überhaupt noch ein Lithium, wer da gewesen? Das ist natürlich... Ach, ein Lithium, da fahren wir jetzt nicht hin. Hier können wir aber auch... Ach, komm. Da könnt ihr nochmal einmal ohne mich runter. Alle Mann und Frauen an Bord. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch Sequence aktiviert. Ja, medizinische Forschungscrews. Zugewiesene, äh, Crewmitglieder. Äh, 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 äh. Ich könnte irgendwas erforschen. Der Effekt zwar zu schnell. Aber ich glaube, es gibt bestimmt irgendwas so wie, ähm... Ja, so ein... So ein Arztraum. Keine Ahnung. Ähm... Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Gräber oder so. Oh, ne, hier ist ein Wrack. Den wir nicht draufhüpfen können. Ah, da sind sie gerade lang. Habt das? Ah, Idioten. Die kosten mir nur Biomasse, die Leute. 20%. 40%. Wäre cool, wenn die sich heilen würden ohne Biomasse. 60%. All die Glanz haben sie gesichert. 80%. All Phases complete. Dekorats. Was? Dekontaminierung. Ah. Ah. Mach ich. Übertragung weist auf dem Fundort eines Schiffbauplans. Dekontaminierung. Das ist genau das, was ich haben will. Ey, hier habe ich die ganzen... Fundorte. Die Kreatur half dabei ein Anzug-Upgrade. Ja, okay. Haben wir schon mal gesehen. Wie kann ich diese Sachen bauen, die ich gefunden habe? Sicherheitstor. Das ist ja ein Traum. Träumchen wäre das. Da kommt ja hier kein Scheiß an. Warum hinterlasst ihr keine Biomasse, ihr Arschlöcher? Arschlochkäfer. Landungsschiff ist voll. Habt ihr hier irgendwie... Oh, Biomasse. Biomasse. Oh, Biomasse. Ja, ich komme ja schon. Oh. Na, kommt ins Licht, ihr kleinen Pissler. Schiff kommt ja schon gar nicht mehr hinterher, ja. So, und weg. Alle Mann geheilt. Na, leicht verwundet worden war. Ich hoffe, meine Klone sammeln auch die Biomasse auf. Na, machen sie eigentlich nicht. Tote Ellens lassen manchmal Fähigkeitsproben fallen. Ja, haben wir. Sobald eine bestimmte Anzahl gesammelt wurde, könnt ihr die wahrscheinlich erforschen. Ups, Salah. Gelände Passagiere. Ah. Während das Beam bestätigt die Gefahr. Das wissen wir ja schon. Benötigter Speicher. Auch ein Lagerplatz ist okay. Kuh ist klar. Ressourcenort ist auch klar. Hm. Oh. Das war... Raffinerie? Gab keinen Alarm, ne? Hm. Ich hoffe mal, die entladen ein bisschen schneller, damit ich... Ja, haben wir. Okay. Dann schicke ich euch nochmal... Ah, fuck. Da gab es zwei Fundorte. Oh. Fuck. Muss ich dann nochmal runter. Ich dachte, wir hätten... Wir hätten alles entdeckt, aber es waren leider zwei Punkte. Mal gucken, ob sich die Map jetzt geändert hat. Jetzt können wir den wiederentdecken. Hä? 20% Also, ich glaube, das hat sich hier gar nicht geändert. Bloß, dass wir jetzt diesen Punkt nochmal lernen können... Oder... Ach, da kommen sie ja. Gierige. Oh. Biotank-Kapazität. Vergrößerte Biomasse-Tankladung des Schiffs. Ah. Na, kommt ihr kleinen Scheißviecher. Kommt her. Kommt her. Ey, hör auf, das wegzuleuchten. Gierige Alien-Bugs. Na gut, Schiff ist voll. Alle, Mann. Und weg hier. Jawohl. Na, habt ihr. Ihr müsst nicht immer gleich da ranlaufen. Idioten. Ja, und jetzt verbraucht er wieder die ganze tolle Biomasse, die ich mitgebracht habe. Na gut. Hm? Im Depot. Geht mir aus dem Weg, ihr kleinen Kanalroboter. Das ist doch schon wieder einer, oder nicht? Danke. Ne, nehmen will ich nicht. Ich wollte eigentlich noch mal in die Werkstatt gehen und gucken, ob wir da was erforschen können. Ne, da nicht. Landungsschiff-Upgrade. Biotank-Kapazität, aber... Weiß, weiß Anna, wie das, äh, wie das funktioniert, wie man die Sachen erlernen kann? Brauche ich dann eine bessere Werkstatt, oder was? Erforschen. Ah, da brauchen wir auch Waffenproben für. Da haben wir schon drei Stück. Hörige wäre nur eins. Minigun ist im Schrank. Aber trotzdem, diese Schiff-Upgrades, die wären ja nicht uninteressant hier. Biotank. Man muss das ein Schiff irgendwie verbessern können, verfickte Kacke. Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. So, jetzt verlassen wir mal diesen Bereich. Und versuchen mal zum nächsten zu kommen. Da wir ja keinen Hyperantrieb haben, müssen wir halt viele kleine Sprünge machen. So, mal rein, Baby. So, aber hier werde ich nicht durchspringen. Asteroiden, fickt euch. Da kommen wir nicht hin. Hey. So, ich bin hochgekommen mit der Maus, oder was? Ah, hier, cool. Hab' ich vorher nie drauf geachtet. Springen wir mal hin. So. Leicht zum nächsten. Fliegen wir hier einmal rum. Das ist ja, glaube ich, hier am... Ah, das ist ja ganz unten. Machen wir hier alles. Gluck, gluck, gluck. Und gucken hier. Und dann gehen wir hier weiter. Gab's nicht noch Fundorte? Achso. Warte mal. Scheiße, die müssen wir finden. Anzug-Upgrade. Ah. Jetzt haben wir was... Das habe ich auch verpeilt eigentlich. Ich würde mal trotzdem gucken, was hier ist. Und dann holen wir uns hier erstmal den Anzug-Upgrade. Und gehen dann weiter zu dem nächsten Upgrade. Hoffentlich ziehen wir die Frame... Äh, die... Nach unten. Ähm. Das wäre ganz gut. So, hier haben wir nichts erforscht. Wir machen da mal Scanny-Scanny. Ach ja, dafür mal irgendwann jemanden haben. Das wäre so schön. Nie wieder Scanny. Das kann eine KI machen. Rarnanmoto... Das ist was. Oh. Ein Kandidat? Warte mal. Mehr Klone. Mehr Kuh-Mitglieder, um genügend Siedler für eine Genesis zu haben. Falls nötig, erforsche andere Lebensformen, die zur Atmosphäre des Planeten passen. Aha. Brauchen 15 Mann? Haben wir gerade echt einen Planeten gefunden, der ein Kandidat wäre für neues Leben? Jawohl. Da ist einer. Wir haben echt einen gefunden. Da ist er. Dieser Planet erfüllt alle Bedingungen für eine erfolgreiche Genesis. Neue Materials haben been refined. Cool. Hier haben wir fahren. Richtig geil. Gefahr ist niedrig. Vor allem hier muss ich nicht mehr selber hinreisen. Das können die Kollegen machen. Das würde ich mir noch mal gerne angucken wollen. Das machen wir nochmal schnell. Also wir haben eine Heimat gefunden. Geil. Oh, das hört sich nicht gut an. Alles klar? Lebst du noch? Geh doch da raus, du dumme Nuss. Mama mia. Nur Idioten hier. Ein Schiff voller Idioten. So. Männer und Frauen, kommt mal mit. Ich bin noch gar nicht hingesprungen. Ich sag's doch. Ein Schiff voller Idioten. Scheiße. Ich hab mich so gefreut. Ja, dann springen wir mal hin, ne? Und mal zurück. Und. Dann könnte man auch mal scannen. Aber leider haben wir noch nicht die Bedingungen erfüllt, ne? Gut. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen nochmal runter. Dann werde ich doch, glaube ich, mal noch ein bisschen Erd sammeln. Aber offscreen machen. Dass wir dann nächstes Mal dann gleich. äh, weiter springen können. Den Planeten lasse ich erstmal in Ruhe. Wir gucken uns den an. Warte mal, wie viele Fundorte waren da? Einer. Okay. Einer und ne Pflanze, die ich gern hätte. Einer und ne Pflanze haben wir ja quasi schon unser Ziel gefunden. Wir müssen nur irgendwie mehr... Aluminium finden. Aluminium finden wir wo? Tja. Asteroidenfelder, ne? So, ihr wisst Bescheid. Ich guck mal. Ich guck mal, dass keiner guckt. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das sind sie klein. Hier ist das Größere gelandet. Das ist halt irgendwie wie... Wow, Feuerball. Voller Ball. Feuerball, Junge. Geh da mal tot, Junge. Haben wir das jetzt gefunden? Ne. Also Piraten waren das nicht. Gleich auf die Nase. Inferno. Ich hab's aber nicht gefunden, was ich finden wollte. Da. Oh, hier ist noch Munition, ne? Na los, komm. Landungsschiff ist feuer. Ich hoffe, die gehen alle ins Schiff. Na los, komm. Okay. Oh, tschuldigung. Ich hab euch drüber sehen. Wow. Da ist noch Biomasse und ne Probe. Okay. Mathilde lebt aber noch. Yeah. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Der kleine Wichser, verpisst euch. So, verpissen wir uns auch. Ey, was war das denn gerade? Oh, Bugs, man. Bugs, warum schießt ihr nicht, ihr kleinen Wichser? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich heil mich mal. Huh. Ich brauch langsam wieder Munition. Ah. Ah, haben nichts mitgebracht? Fantastisch. Fantastisch. Acht Eisen. Schwefel. Das können sie ja ohne uns machen. Dann können wir quasi weiter. Ah, ich hab das Blatt nicht gefunden. Nein, scheiß drauf. Müssen nicht alles mitnehmen. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde hier noch ein bisschen, ein, zwei Sachen abbauen. Das Schiff nochmal ein, zwei Mal runterschicken. Und dann werden wir hier quasi dann nächstes Mal, wenn es weitergeht, auch wieder verschwinden. Wir wissen jetzt, wo unser Ziel ist. Wir wissen auch, was unser... Reparieren? Oh, nö. Nö, 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 nö. Ich wollte die Folge... Altverkackte Kacke. Ich wollte die Folge beenden. Wo hast du was kaputt gemacht? Depot? Wo ist ne... Warte mal. Raffinerie vielleicht, ja? Mann, wo... Wo? Da. Bin ich schon direkt im Raum gewesen. Ich geh nochmal ganz kurz hier runter. Schutzschild hält. Energieknoten legt noch. Gut. Ey, ich glaub, die sollte man hier direkt aufstellen. Die kommen ja meistens von hier irgendwo raus, diese Viecher. Neue Materials have been refined. Oder dahinter. Gut, ich beende jetzt die Folge, bevor noch ein Alien kommt. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.